Wir sind wieder da. Ah, let's play and do shit and saints throw the third. Eine kleine Rangelei oder was? Ne, ich habe ihn nur ein paar Dollar erleichtert. Ah, ja. Ich rempe Leute an und kriege Geld. Ich finde das gut. Upgrades? Ich kann irgendwas Upgrades. Über mir immer noch das Menü ist hier. Feuer. Done. Jetzt kannst du so viel mit deiner Feuermunition um dich ballern, wie du willst. Die Frage ist, warum kannst du diese Upgrades schon? Was willst du für ein Level? 46. What the fuck? Seriously? Ja. Wie ich die ganze Zeit let's play mit einem Cheater Spiel. Ich cheater nicht. Wie kommst du darauf, dass ich cheater? Ich bin 37. Nur für deine Information. Ah. Äh. Warum sagt das jetzt save? Ah. Wie hat das Ding gerade nicht reagiert? Interessanterweise. Ähm. Du erinnerst dich, als ich den einen Testlauf mal gemacht habe mit dem einen Panzer an der dann immer wieder da die Deckers abgefangen. Achso. Das kann man eine Zeit lang ganz gut machen. Man kann da wohl ordentlich Erfahrungspunkte farmen. Ah. Quasi, äh. Offscreen. Einfach mal 10 Level gemacht. Innerhalb von ungefähr einer halben Stunde. Das ist ähm. Ab einem gewissen Punkt ist die Spielmechanik einfach broken. Ja. Aber du bist da und ich nicht. Das passt jetzt nicht mehr ganz so gut zusammen. Das macht absolut nichts. Weil wir jetzt einfach mal, ähm, das ist jetzt ein halbes Let's Play, halbes Tutorial-Video, wie ihr in Saints Row the Third, ähm, bis zur Vergasung Erfahrungspunkte sammeln könnt. Und alles, was ihr dazu braucht, ist diesen Campingwagen hier. Was? Ja. Wir sind gerade hier auf der Karte. Guck, guck genau nach. Das ist hier. High-Rise Condos. Und, äh, so. Doch, kann nicht. So. Einsteigen. Einfach. Einfach. Unglaublich, ja. Rammt dann noch unser Auto. Ja, schon ein bisschen dreiste Gute. So. Wo wir jetzt hin müssen, ist... Ich bin ja spannend, weißt du. Ja. Eventuell müssen wir gleich auf ein schnelleres Fahrzeug umsatteln. Gott, ist das Ding lahm. Warte mal. Zwischenstopp in einer von unseren Cribs. Ähm. No. 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 Es steht immer noch, ich soll den, äh, Truck escapen oder submergen. Es geht einfach nicht weg. Oh, shit. Ungünstig. Oh, in dem Teil sind wir. Das heißt, die nächste Crip, die wir da haben, ist irgendwo da unten. Ich glaube, den Sprung schaffen wir nicht. Warte mal. Ähm. Rimjobs. Da holen wir uns ein neues Auto. Okay. Ähm. Und es ist jetzt übrigens jetzt scheißegal, mit welchem Gefährt wir jetzt unterwegs sind. Das mit dem Camping-Mobil-Bus. Schrecklich, hab ich jetzt nur gesagt, für... The lolz. Oh. Apropos lolz. Oh mein Gott. What the hell? Gern geschehen. Ähm. Ja. Ah. Ampel. Und, äh, ja. Das Ding ist, wir holen uns jetzt ein Auto. Ey, der Sprung hat geklappt. Immerhin. Immerhin. Das sah ja auch was. So. Nimm wir den, äh, Neuron. Hm. Es weiß, er ist schnell, er funktioniert. Er ist aber nicht schnell. Keine Angst, er muss uns nur schnell dahin bringen, äh, einigermaßen schnell dahin bringen, wo wir den Blödsinn jetzt gar nicht veranstalten werden. Unser... eigenes Reaktorgebäude. Alles. Ah. Ha. Autsch. Ja. Ja, 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 ja. Plop. Plop, plop. Der Polizeiwagen ist jetzt erstmal auf Felgen unterwegs. Ach, reicht. Die Deckerkarre auch. So. So, hier sind wir. Trautes Heim und so weiter und so fort. Wiss ich, dass ich das Auto jetzt nicht in der Garage storen kann? Ja, das... Warum muss ich das ausgedacht haben? Hä? Nee, jetzt ist das Auto in der... Ah, was soll's. So. Ja, weil ich weggegangen bin halt. Äh. Ja. Der sieht böse aus. Hä? So. Genau den brauchen wir. Was zum Teufel? Warum sind die da? Das frage ich mich jetzt allerdings auf. Irgendwas ist da gerade schief gelaufen. Was hast du getan? Nix. Okay, äh, eben kurz in die Crip gehen. Das ist jetzt hier zu... Was die da und alles hier runterwerben. Ab ins Penthouse. So. Okay. Du musst auch ins Penthouse. Dann geht dein Notoriety Wipe. Okay. So. Jetzt sind wir hier. Ist momentan nichts los, aber es macht nichts. Wir gehen jetzt nämlich wieder runter. In die Garage. Ja, listen. So, just heard about a Decker Rave going on. Ist ja ins Telefon dran gegangen. Ja, leider. Aber... Nicht so schlimm. So. Ich kapier's nicht. Warum haben wir... Ich glaub, die mögen das nicht, wenn wir mit dem Panzer fahren. Ah. Vorführeffekt. Grandios. Okay. Plan B. Wieder ins Penthouse. Notoriety Wipen. Und dann muss ich den anderen Panzer nehmen. Gut. Dann nehmen wir eben unseren eigenen Panzer. So sei es. Ja. Ja, schon ein bisschen fies, dass man das direkt, äh... Ja. Sobald man einsteigt, da voll gesucht wird. Und toll, ist ja noch da. Die Frage ist, was passiert, wenn ich den jetzt, äh... Nein, ich will's nicht riskieren. Ähm... Saints Crusader. Das geht. Saints Crusader. Oh. Ach, da ist er. Ich habe keine Ahnung. Ach, jetzt bin ich doch drin. Bei mir war ich nicht im Panzer. So. Ich kapier's nicht. Das war vorher hier noch relativ friedlich. Aber mit etwas Glück kriege ich den Weibbezirk draus. Äh... Und... Ich glaube... Also irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Ich bin für ein paar Mal. Das wäre immer ganz lieb, wenn du dich um die Verfolger aus der Luft auch kümmern könntest. So, das ist jetzt... Das hier ist jetzt nämlich eigentlich die eigentlich interessante Ecke. Zumindest mache ich das immer ganz gerne mit den Deckers, weil es sich lohnt. Weil, wenn ich da deren komische Operation oder was das da ist, angreife, ordentlich Notoriety auf Deckers. Und die kommen dann an mit Zeug, auch aus unserem Kraftwerk herausgefahren. Und basically, wenn man einfach hier so stehen bleibt und dann immer nur auf das Tor drauf hält, was dann an Deckers dann ankommt, kann man ordentlich Erfahrungspunkte farmen. Im Sinne von... Fame, Respekt, Dingelskirchen. Das Ganze läuft jetzt hier etwas aus dem Ruder, weil die Notoriety von Stack jetzt hier momentan sowas von komplett ausgerastet. Das war so... Stehen wir auf einem anderen... Ja, tun wir. Wenn ihr jetzt aber mal rechts oben guckt, hier Explosive Kill und die ganzen Multiplikatoren, die wir momentan bekommen. Gang Notoriety, Stack. Jetzt kommen sie von beiden Seiten und in den Panzer. Ja, ich will jetzt nicht sagen, wir sind unverwundbar, aber ich habe fast das Gefühl, als ob. Im Prinzip kann man da ganz gut draufhalten. Normalerweise sollte hier einiges von den Deckern ankommen. Das... Aber wir kriegen hier hauptsächlich Stack vor die Nase. Ah, lecker. Sie sollten einen Schrottplatz aufmachen. Gut, dass die Wracks von in neiner Zeit automatisch verschwinden, aber... Wie gesagt, hier aus unserem Kraftwerk kommen sie halt raus und man kann die ganz gut auf den Torbogen lunzen. Und... Bumm. Stimmt auch für einer. Nix. Oh. Das sollte normalerweise nicht passieren. Ähm, sie haben uns geknackt. Es waren auf einmal zu viele. Irgendwas ist schiefgegangen. Also eigentlich hätten wir nicht diesen Notoriety-Anstieg bekommen sollen. Nicht in diesem Ausmaß. Nicht so. Ich habe keine Ahnung. Wieso, weshalb, warum. Aber... Wer nicht fragt, wird es nie herausfinden. Weißt du was? Wir probieren es noch einmal. Wir probieren es noch einmal. Ähm. Na gut, wir müssen wieder zum Kraftwerk. Nehmen wir das hier. Der sieht... Sah schnell aus. War schneller als du. Da. Wir haben ein Auto. So. So. Du hast auch ein Auto. Aber meinst du, ist schöner. Wo lang? Ähm. Follow me. Wer zuerst da ist. Auf die Plätze. Fertig. Los. Folge mir, wer zuerst da ist. Ja. Follow me. Da. Da. Siehst du noch, wo ich bin? Kannst du mir noch folgen? Kannst du mir noch folgen? Weiß ich im Moment nicht. Seh dich noch. Aber ob ich jetzt aufhole oder nicht, weiß ich nicht. Ah, okay. So packen wir auch das. So packen wir auch das. Willst du den schon in die Garage? Nee, nicht. Okay, ja, ich wahrscheinlich schon. Na gut. So. Le Garage. Probieren wir es nochmal. Saints Crusader. Gerade aus. Behutsam. Keine Leute überfahren. Keine Aggressionen erregen. Auf nichts und niemanden schießen. Da bin ich gespannt. Weil wir nur die Aufmerksamkeit von den Deckers haben wollen. Ob das mal funktioniert. Goldene Felgen. Ein Panzer. Hey, bling bling. Auch in Kriegszeiten, ne? Mir gefällt das Saints-Logo. Fett hinten drauf. Hauptsache wir alle erstmal wegrennen. Einfach nur, weil wir in den Panzer fahren. Das ist super. Wollen wir auch überfahren werden, wer den will, ja? Ja. Steigen aus, lassen alle stehen und liegen. Hilfe, der fährt ein Panzer vorbei. Ich kann den GPS-Punkt mal rausnehmen. So. Da liegt direkt 180 Grad dringend auf der Straße. Die Straße ist uns egal. Hauptsache einfach nur weg. So. Jetzt werden wir von dem Speed-Limit-Schild aufgehalten. Ach, das war nur bei mir. So. Jetzt geht's los. Was muss man jetzt tun? Oh, Toiletten. Ja. Das ist eigentlich eine Deckers-Gang-Operation. Zumindest war es das. Aber da hier genug von diesen Deckers rumlaufen... Für gewöhnlich jedenfalls. Okay, das ist ein Stack-Trip. Den will ich jetzt eigentlich nicht provozieren. Was ist damit? Das sind Deckers. So. Jetzt haben wir deren Aufmerksamkeit. Boom. Das sind der eine Stack-Offizier, der uns nervt. So. So. Und jetzt kommen sie da nämlich da einzeln rausgefahren. Und einfach nur da einen von Latz geknallt. Boom. Und wenn genug kommen... Das heißt, wenn das Rating hoch genug bleibt, die Notoriety... Ha. Vier. Dann kommen natürlich auch mehr. Und mehr Spezialisten. Und die Multiplikatoren steigen. Und du kannst... Du verschlägt sich fast. Du kannst ja... Du kannst es kaum noch erwarten. Ich mach da mal ein bisschen frei da vorne. Und da kommt der Nächste. Und der ist auch schon weg. Und so farmt man Respekt. Und wenn man das ungefähr... Ich sag mal eine halbe Stunde lang macht... Dann kannst du nicht nur sehen, wie dein Kontostand anwächst... Und wie du dann ab und zu dein Geld dann abholst. Was dann daraus wird. Dann hast du schön up-exploited hier. Yep. Jetzt haben wir 5 Sterne. Und jetzt können wir das einfach zurücklehnen. Und ich muss einfach nur noch ab und zu mal auf den rechten Trigger drücken. Die kommen alle da aus der Ecke. Dann kommt der Nächste. Und der Nächste. Gut. Und die Nächsten. Boom. Wir müssen gar nicht zählen unsere Kills gemeinsam, oder? Ich weiß nicht. Zahnstocher in die Maustaste und fertig. So in etwa. Bums. Und da kommt der Nächste. Bums. Was war das? Du. Ja. Das ist der einzige Angriff, den ich nicht so gesehen nutze. Was auch gut funktioniert, je nachdem wie man steht, kommen die nämlich von vorne. Quasi direkt hier von der Straße. Auf einen zu. Man kann die auch einfach überfahren, die Autos. Weil der Panzer, der überrollt die Dinge einfach. Und ja, das geht auch. Natürlich nicht so, ich sag mal, effizient und schnell wie... Das hier. Aber... Schaut euch hier nur mal die Multiplikatoren rechts an. Hier dreifach, max und so weiter und so fort. Und das Cash landet drauf. Hier, Respektpunkte. Gleich bin ich Level 47, wenn das so weitergeht. Welchen Level bist du? Äh... Es wird jetzt permanent rechts oben angezeigt, weil du die ganze Zeit Respektpunkte bekommst. Bei mir nicht, nee. 38. Dann halt mal ein bisschen weiter runter auf den, äh... ...auf den Zementteil von dem Bogen. Dahin. Wie, da vorne? Da, ja, ja. Dahin. Genau da drauf. Ja, und dann? Weil da ist der Punkt, äh... ...durch den die Autos fahren müssen. Irgendwie funktioniert das mit der Positionsberechnung hier nicht. Bei mir schießt du direkt vor dem Panzer auf den Boden. Wenn du mir zeigst, wo ich hinschießen soll. Ich ziele eigentlich direkt auf den Bogen. So, 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 passt es. So, wie du jetzt schießt, ist optimal. Und, äh, ja. Ja, jetzt bekomme ich auch was. Dann läuft das tatsächlich getrennt für uns beide. Hm. Ungünstig. Schade, dass die Sterne nur auf 5 Sterne steigen können hier. Ich mach mal ein bisschen sauber. Ja, gut. Das wollen wir jetzt nicht hier ewig betreiben. Ist jetzt nicht so das Let's Play. Nope. Aber... Als Tutorial, wie man, äh, farmen kann, auf jeden Fall sehr witzig. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ähm, bleibt dran. Im Anschluss gibt es direkt das Let's Play zu Saints Row, wo wir dann ganz normal weitermachen, wie bisher. Business as usual. Guck mal eben, ob ich ein bisschen Geld abhole. Oh ja, ist wieder ein bisschen Geld drauf. Ah, guck mal. 109.000. Fuck. 109.000. Insgesamt jetzt. Insgesamt. Ja. Ähm, so geht das. Danke fürs Zuschauen. Ähm, das war das, äh, kleine Exploit-Tutorial. Und, äh, wir sehen uns direkt im Anschluss mit der regulären Let's Play-Folge. Bleibt dran. Und, äh, bleibt cremig. Und nimmt einen Panzer und macht Sachen kaputt. Because it's fun. Da kommt der Nächste. Und der Nächste. Bis dahin. Tschüss. Ja. Kommt schon. Einer kommt noch. Einer kommt noch. Einer kommt noch. Sogar zwei. Haha. Ah, ist ein Zunah. Das ist Zunah, Leute. Fehlzunah. Fehlzunah. Fehlzunah.